Univativ verbindet dein Studium mit einem Job. Egal ob Student oder Absolvent, wir suchen dich und helfen dir beim Eintritt in die Arbeitswelt mit angemessener Bezahlung. Unser Jobnetzwerk erstreckt sich über ganz Deutschland. Zusammen finden wir einen Weg zu deinem Karriereinstieg, in deinem Bereich und in deiner Stadt. Bist du Informatiker, bieten wir dir Jobs aus allen Schwerpunkten, wie zum Beispiel IT-Support, Qualitätssicherung, Softwareentwicklung und viele mehr. Auch im wirtschaftlichen Bereich haben wir verschiedene Jobangebote und decken die volle Bandbreite ab. Erfahre praxisorientiertes Arbeiten und unterstütze unsere Business-Abteilung. Selbst im Ingenieurwesen haben wir vielfältige Projekte aus den Bereichen Bauingenieur, Elektrotechnik und Maschinenbau. Ist für dich immer noch nichts dabei? Keine Sorge, weitere Jobs gibt es auch in anderen Studienrichtungen. Bei unseren Projekten landest du stets bei Top-Unternehmen. Nun, du möchtest professionell mit uns ins Berufsleben starten? Dann ist deine Zukunft nur noch einen Knopfdruck entfernt. In einem persönlichen Gespräch besprechen wir gemeinsam mit dir deine individuellen Karriereziele und Projektwünsche. Selbstverständlich nehmen wir dabei immer Rücksicht auf deine persönliche Zeit- und Studienplanung. Jetzt musst du nur noch zugreifen und von den vielfältigen Projektangeboten profitieren. Dein Univativ-Projekt-Coach steht dir dabei immer beratend zur Seite, damit du perfekt in deinem Job landest. Also, worauf wartest du? Wachse mit deinen Möglichkeiten und starte jetzt deine Karriere bei Univativ.